Wir haben jetzt kommt zu einem neuen Video. Heute geht es für mich nach Oregon zum Skifahren. Denn es ist das zweite AFS-Wochenende und ich freue mich schon voll so darauf, alle wiederzusehen und so. Jetzt kommt gleich so eine Freiwillige von AFS und die holt mich ab und dann machen wir erstmal nach Pasco, also das ist noch in Washington. Dann fahre ich von da aus weiter nach Oregon. Also ich werde wahrscheinlich ziemlich lange unterwegs sein, aber ich freue mich schon voll und ja. Wir haben gerade den Eintüten verloren. Wir gehen gerade einkaufen und das ist... Oh! You wanna say hi to my YouTube channel? Wir sind gerade angehalten und jetzt sind wir bei Safeway und kaufen Essen. Aber irgendwie verlieren wir uns die ganze Zeit gegenseitig. Also unsere Tante von AFS haben wir eben gerade schon verloren. Richtig genial. Es läuft. Es läuft. Hey, du hast es gute Ahnung, du musst dir das vorstellen. I'm so sorry, that my name is worse. Was ich jetzt sagen? Hi. Hey. 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 Okay, Talk English. What happened? She just threw food at me. I would too much. Oh. So early, so my butt shows all the time. I'm sitting down. That's like nothing. Ich bin der Ring auf. Peace. Guten Morgen. Nachdem wir dann gestern so sechs Stunden gefahren sind, glaube ich, allgemein gestern einfach noch bei Angie Dinner. Und dann mussten wir noch eine Survey ausfüllen. Also so ein, wie heißt das? Auf Deutsch, keine Ahnung. Und dann sind wir halt so alle so zu unserer Gastfamilie dieses Wochenende gegangen. Also ich bin hier halt so mit Kitt und mit ihrer Gastfamilie. Also Kitt aus Norwegen. Und ja, jetzt gehen wir gleich zum Frühstück noch mal zu Angie. Und danach machen wir dann halt heute Morgen so das ganze Vorbereitungszeug. Und dann gehen wir heute Nachmittag Skifahren. Ich hatte jetzt was gegen gesagt. Ja, aber wir gehen heute Nachmittag Skifahren. Ich habe das vergessen, dass ich kam dann da so rein bei Angie. Und dann haben Uma und Amy mich erst mal umgerannt. Peace. Peace. What have we been doing all the time? Amy, haue also Luzel. Du postest das nicht auf dem YouTube-Kanal. Du postest das nicht auf dem YouTube-Kanal. Ich kann das nicht. Doch. Nein, nehmen wir nicht singen. Wir können das nicht. Ich kann das mit dem Singen auch rausschneiden. Nein, ist okay. Ist okay, bitte mal singen. Ich will ja nochmal singen. Erzähl mal, was wir jetzt so schönes machen würden. Also, ich will sie dich nicht mehr machen. Ja, mach. Okay. Für die Schweizer. Ich habe vielleicht so zwei Schweizer Abonnenten. Irgendwo da. Erzähl für die Schweiz. Und ich habe zwei Schweizer Abonnenten. Und wir gehen für Skifahren. Und wir freuen uns mega. Keine Ahnung, Skifahren. Es ist Ski-Time, Freunde. Oh, oh, okay. Oh, das ist so gut. Du musst die Chance sagen, wenn du eine obleibst. Ich weiß. Wie auf den Afghanen 1 bis 10 tot und minus 5. Nein! Dein Flughafen ist teuer. Nein! Was? Nein! Oma, hat er nicht gesagt, du kannst dir am Flughafen aussuchen, was du willst? Es kommt dein Flugticket aus. Was? Der Flugticket aus. Okay, du hast gespielt. Ich habe gespielt. Schaut, Daniela. Sie so, ja, alle. Du musst, alle. Du musst, nein, nein. Du musst echt. Hallo! Warte, ich weiß echt was. Du musst echt kontrollieren über deine Skier. Ja! Ich sehe das auch. Okay. Dann bist du einfach auf dem Rücken anders vorbeigefahren. Was ich immer so mache. Du hast dich nicht gewonnen, wenn du mich selber zuhörst. Wir haben sechs Mal. Okay, ich störe nicht ab. Ich störe nicht ab. Alle Tore. Ich störe nicht ab. Ich störe nicht ab. Ich störe nicht ab. Ich störe nicht ab. Unfall nicht ab. Ich bin aber auch in Farbe aufgenommen zum Schwarz-Weiß und mein Akkus Blot. Oh. Ja. Ja. Er ist so geil Gibt für ihre Stimme Okay, I'm done, bye I'm done I'm just so done 3000% done So us right now Okay We have to like Tell something else Okay, also sie ist aus Deutschland Sie ist aus der Schwein Manchmal nicht Und Vielleicht Habt ihr schon den anderen Vlog gesehen Von unserem ersten Wochenende Ja, das war ganz schön cool, wa? Und wir fahren am Mai wieder hin Und ich glaub um an 18 Jahren auch Ich bin ein bisschen bescheuert Ein bisschen, vielleicht Haha, nicht mehr Doch Das ist so cute Haha Ja, no, I'm excited for the main Orientation Camp in Mualewa Oh, dieses scheiß Camp Dieses scheiß Camp Das wäre großartig Das kann ich mir jetzt voll fressen Oh ja, und kein Klamot Aber warte, es wird warm dort sein Bis wir jetzt einen Sommerbuddy haben Was für Sommerbuddy? Kann ich nicht, wenn man Angst hat, dass man vor Baden ist Ja, zu viel Fett Was? Kannst du mal irgendwas auf Schweizerdeutsch machen? Nein Nein, kann sie nicht Nein 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 Willst du mir irgendwas beibringen auf Schweizerdeutsch? Äh Ne Ne Schade 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 Schokolade Schokolade Ich glaub ich mach mal aus jetzt Äh Das ist unfäh Warum kann ich jetzt sagen Immer dieser Abschieb Ja Einmal von der einen Tag heute Ja Das ist so schön Sag mal Prost, Emi Prost Prost Hämst du da Wie soon Hälfte Verr瑞 你 Samed